Moin, Pflatzen, hier ein kleines Transfer-Update. Konrad Leimer zu Bayern, wo so gut wie fix, wie man das hört, soll angeblich Salihamidzic mit ihm gesprochen haben. Eine Unterschrift für einen Vertrag, der dann im Sommer starten soll, sich schon darüber geeinigt haben. Ablöse oder sonstige Details sind nicht bekannt. Man sagt nur, dass der Transfer bzw. Unterschrift wo so gut wie durch ist. Das heißt, dass man in wenigen Tagen wohl einen Vollzug dieses Transfers melden kann. Man darf gespannt sein, ob das wirklich stimmt. Ciao, ciao.